Coolness kannst du dir nicht kaufen, cool bist du dann, wenn du ganz du selbst bist. Aber versuch ja nicht cool zu sein, das ist extrem uncool. Dieses Zitat wird dem Schauspieler Will Smith zugeschrieben, der mal als einer der coolsten Menschen des Planeten galt. Ob er das tatsächlich gesagt hat, wissen wir nicht sicher, spielt aber auch eigentlich keine Rolle. Denn seit er bei der diesjährigen Oscars-Verleihung die Nerven verloren und Moderator Chris Rock geoffeigt hat, gilt Will Smith als verdammt uncool. Der Men in Black-Darsteller ist also kein Vorbild mehr in Sachen Lässigkeit für die Jugend von heute. So lautet der Titel unserer Themenwoche hierbei Zurück zum Thema. Zum Abschluss fragen wir uns, was finden junge Menschen heutzutage cool? Mein Name ist Johannes Schmidt, hi. Zurück zum Thema. Coolness war wohl schon immer ein Thema, das die Menschen beschäftigt hat. Es gibt sogar tatsächlich Coolness-ForscherInnen, die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen. So zum Beispiel auch Kerstin Maria Pahl vom Max-Planck-Institut. Sie hat in einem Interview für unseren Ach-Mensch-Podcast erklärt, wie die Forschung den Begriff Coolness eigentlich definiert. Es ist wirklich schwer zu definieren, was cool ist. Ganz klassisch wird es natürlich tatsächlich sprachlich mit dem Begriff der Kälte in Verbindung gebracht. Also das heißt ein Verhalten oder eine Ausdrucksform, die unterkühlt wirkt, distanziert, möglicherweise auch ein bisschen unemotional. Und gleichzeitig ist aber cool eben, hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts auch zu einer Wertkategorie entwickelt. Also cool ist nicht nur jemand, sondern cool ist auch etwas. Wo das Wort cool eigentlich herkommt, ist nicht wirklich klar. Es gibt aber verschiedene Theorien, wie Kerstin Maria Pahl erklärt. Es gibt verschiedene Stränge, die argumentieren, dass es sich einerseits aus der schwarzen Kultur des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Das wird dann häufig mit dem Jazz in Verbindung gebracht, der dann, also der sogenannte Cool Jazz, der auch lange als genau in diesem Begriff in den Wörterbüchern geführt wurde, also nicht nur Jazz, sondern Cool Jazz. Und der dann wiederum in Verbindung gebracht wurde mit einer bestimmten Kultur der Distanz, die marginalisierte Gruppen sich angeeignet haben, um mit Verletzungen, mit Demütigung umgehen zu können. Es gibt aber auch andere Argumentationen, die besagen, dass sich das bis in die Antike zurückverfolgen lässt. Also zu der Idee, dass bestimmte Personen kalte Persönlichkeiten sind, im Gegensatz zu warmen Persönlichkeiten. Und dass aber diese kalten Personen, dass man an die nicht so richtig rankommt. Gehen wir mal weg vom Wort an sich. Wenn Menschen cool sind, dann heißt das vor allem, dass sie eine gewisse Außenwirkung haben und etwas den anderen Menschen auslösen, so Forscherin Kerstin Maria Pahl. Coolness hat immer eine Form der Inszenierung, das gehört dazu. Es gibt gerade auch deswegen in der, zum Beispiel in den Kunst- und Kulturwissenschaften, sehr viele Forschungen zum Stil der Coolness, weil Coolness ein ästhetisches Element hat. Ästhetisch im Sinne von, man sieht etwas, es gibt eine bestimmte Form der visuellen Kodierung, auch in der Musik natürlich eine auditive Kodierung. Aber Coolness ist eben auch etwas und deswegen auch tatsächlich ästhetisch im klassischeren Sinne, als die Sinne ansprechen, etwas, auf das Leute tatsächlich sehr sinnlich reagieren. Man sieht die Leute und möchte sofort dazugehören. Das ist gar nicht reflektiert und man denkt nicht darüber nach, dass diese Gruppe jetzt besonders toll ist, sondern man denkt, da will ich auch hin. Aber wie sehen das denn die Jugendlichen heute? Wir haben mehrere junge Menschen zwischen 18 und 21 Jahren aus unserem Umfeld gefragt, was für sie Coolsein bedeutet. Ich finde ganz cool, wenn man einfach sein Ding durchzieht, wenn es einem relativ egal ist, was so andere von einem denken. Ja, man einfach macht, worauf man Bock hat. Jeder hat da ja so eine andere Ansicht von. Wenn ich mich jetzt selber so sehe, fühle ich mich cool, wenn ich mich dann entfalten kann und ich kann das am besten beim Theater spielen. So, was ich am coolsten finde, ist ja Zeit mit meinen Homies zu verbringen, den zu corneren, Zeit verbringen, Spaß zu haben. So emotionale Stärke verbunden, etwas einstehen, irgendwie vielleicht sogar geheimnisvoll sein. Und das ist irgendwie total cool, wenn man jemanden nicht, ich sag mal, durchschaut. Irgendjemand hat, keine Ahnung, sich neue Schuhe gekauft oder so und die gefallen mir auch gut. Dann sage ich halt zu dem so, Alter, das sieht übel cool aus und so. Cool ist es aber auch einfach, wenn man so fair gegenüber anderen ist. So cool ist auch, Leute, die sich engagieren oder irgendwas leisten für die Gesellschaft. So, das ist cool. Gerade wenn es darum geht, was jüngere Menschen cool finden, kommen wir an der Videoplattform TikTok nicht vorbei. Mehr als 41% der 16- bis 24-Jährigen nutzen TikTok weltweit. In den vielen kurzen Videos mit Musik werden Trends gesetzt. Was die Songs sind, die jetzt alle hören, welcher Klamottenstil gerade in ist und über welche Themen viel gesprochen wird. Deswegen haben wir in dieser Folge auch mit zwei erfolgreichen jungen TikTokern gesprochen. Der eine ist Tizian aka Strizzi09. Er teilt mit seinen mehr als eine Million Followern lustige Videos über sein Leben und über Football. Er sagt, cool ist es, sich nett und freundlich zu benehmen. Zum einen das Verhalten, also wie du mit anderen Menschen umgehst. Und ich würde sagen, dass man ziemlich cool ist, weil man halt einfach höflich ist, andere zum Lachen bringt und wirklich darauf achtet, sich gut zu benehmen. Ja, okay, das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Faktoren, die auch immer wieder genannt werden in Bezug auf Coolness. Einen anderen Faktor, den ich auch schon öfter gehört habe und auch immer wieder in Videos angetroffen von verschiedenen Influencern und Uploadern, ist die Frage von Erfolg und von Reichweite. Würdest du sagen, dass Likes und Follower auch ein Stück weit deine Coolness definieren? Wärst du genauso cool, wenn du null Follower hättest? Naja, ich würde mir Mühe geben, trotzdem so zu sein, wie ich bin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Follower Likes und Aufrufe und so Coolness definieren, beziehungsweise einen als Person definieren, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Charaktere auf Social Media. Leute, die sich wirklich beeinflussen lassen von den Likes und auch Leute, die ganz normal sind, sage ich mal. Tizian sagt also, er lasse sich nicht so sehr von seiner Reichweite beeinflussen. Aber setzt es einen nicht unter Druck, wenn man im kurzlebigen Internet dauernd auf die neuesten Trends reagieren muss, weil man eben viele Follower hat? Darüber habe ich mit Greta Engelfried gesprochen. Sie ist Lifestyle-Influencerin auf TikTok. Tatsächlich habe ich mich früher damit gar nicht so auseinandergesetzt und ich hatte auch gerade neulich wieder das Thema. Natürlich ist man so ein bisschen unter Druck und weiß, okay, man muss den Followern zeigen, ey, ich habe auch die Trends. Man ist ja auch so ein gewisses, da haben wir vielleicht wieder das Thema Vorbild für die Follower, was Trends angeht. Und da versuche ich schon immer, bei den neuesten Trends mit dabei zu sein. Trotzdem sagt sie, sie fühlt sich nicht gestresst, dauernd coolen Content hochladen zu müssen. Ich glaube, dafür ist mein Selbstbewusstsein gut genug. Also mir ist sowas überhaupt nicht unangenehm, mir ist eigentlich relativ selten irgendwas unangenehm. Deswegen habe ich das Gefühl jetzt eher nicht so. Wenn da jetzt jemand sagen würde, boah, ich bin so, ich fühle mich so lame und komme irgendwie nicht aus meiner Haut raus und ich wäre gern so cool wie du. Was würdest du da antworten? Wirklich macht einfach. Gerade wenn man im Club ist zum Beispiel, habe ich schon häufiger Mädelsgruppen beobachtet, die einfach rumstehen, wo du merkst, boah, die sind super unsicher. Die wissen gar nicht, wie sie sich bewegen sollen oder tanzen sollen. Macht einfach. Weil wenn ihr einfach macht, kommt es immer cool rüber. Keiner wird sich denken, boah, tanzt die jetzt scheiße oder wie sieht denn das aus, sondern einfach drauf losmachen, wie man sich gerade fühlt. Leute, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Was cool ist, weiß am Ende niemand so richtig genau. Coolness hat viele Facetten. Klar geht es dabei auch um oberflächliche Dinge wie Style, also zum Beispiel ein cooler Schallplattenspieler oder eine schöne Vintage-Lederjacke. Aber Trends sind einfach schnelllebig. Was heute in ist, interessiert morgen niemanden mehr. Siehe Will Smith als Beispiel. Bei Coolness geht es eben auch darum, gut mit anderen umzugehen und das zu machen, worauf man Lust hat oder woran man Spaß hat. Und wenn andere das doch mal kacke finden, einfach cool bleiben. Damit ist diese Folge und auch unsere Themenwoche zur Jugend von heute zu Ende. Annika Seiferlein, Henrike Heidenreich, Lilly Carina Richter und Lars Fein haben daran mitgearbeitet. Produziert hat sie Andreas Propeller, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Johannes Schmidt. Bis dann. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM. vom Podcast Radio Detektor FM